Bei mir leckt das gerade so. Warum? Ich habe gar nicht so viele Sachen auf. Ich kann gerade nix machen. TNT? Ich glaube, das baue ich mir. Yeah! Ich habe gerade... Okay. Und das zeige ich mir nicht auch. Ich probiere gerade was. Alter Schwede. Sie probiert was. Okay. Ja, aber ich habe nur gerade 1 FPS. Das ist viel. Ich komme nämlich nicht weiter. Kann ich vorwärts, kann ich rückwärts und gar nichts. Ach, Mensch. Da muss ich wahrscheinlich... Bei mir kurz cutten. Und dann mal gucken, was da die Probleme ist. Du kannst ja drauf bleiben. Ja, okay. Gut. Dann bin ich gleich wieder da. Da bin ich wieder. Und ich werde jetzt... Gut, was habe ich heute vor? Keine Ahnung. Ich habe ja gesagt, ich wollte heute ein bisschen erkunden gehen. Bischen die... Matzi, 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 Matzi. Ja? Ich habe hier gerade auch meinen Dingsbums auf meinem Kompass verhoben. Ja. So blaue Dinger. Was ist das? Blaue... Das blaue kann wahrscheinlich meine Figur sein. Das blaue, oder? Ja, ich habe hier gerade so etwas blaues aufblinken. Also bei mir ist nichts blau in der Map. Ich muss vielleicht mal rausgehen. Mal gucken. Vielleicht hat das ja damit was zu tun. Hallo? Warum will er nicht raus? Ich kann irgendwie nicht raus. Warum kann ich nicht raus? Wo nicht raus? Ich kann nicht raus. Doch, ich kann wohl aus der Tür. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht aus der Tür. Da wäre aber was gewesen, du. So. Wollen wir mal ein bisschen erkunden hier. Ich habe kaum ein Inventar mit. Ich habe mein Inventar total leer gemacht. Und damit wir gleich viel mitnehmen können. Weil wir kriegen anscheinend abends ja immer Kisten. Und die will ich natürlich auch looten. Da ist natürlich ganz viel drin. Ich nehme natürlich auch Moss wieder mit. Ja, auch ganz wichtig, Moss dabei dazu haben. Ja, zack. Kate Moss ist auch dabei. Sehr gut. Das hat nämlich einer mal in den Kommentaren geschrieben bei mir. Ja, die Kate, die ist auch dabei. War nicht gut. So, ich hole mir mal ein Steinschwert raus. Wir müssten eigentlich vielleicht mal gucken, dass wir... Na komm, jetzt hier. Eins, zwei, drei. Ja komm, bist du sauer, wa? Okay. Au, au. Ha. Und ich habe keinen Schaden gekriegt von dem heute. Also ich bin richtig gut. Ja. Was geht denn da ab? Oh, okay. Bin mir da auch ein Monster. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Ich bin zu gut. Na okay, ich will jetzt noch nicht sagen, dass ich... Proben oder so. So. Ich laufe gerade mit dem Schwert. Das muss man sich mal vorstellen. Mit dem Schwert habe ich gerade geschwommen. Der schlägt mich jetzt hier, oder was? Ja gut, okay. Ich kann mich auch schlecht verteidigen. So, ich bin hier gerade in der Höhle. So. Da kommt die gerade so mal ein bisschen. Ja, und ich laufe hier ein bisschen umher. Ja, ich nehme noch ein bisschen Sand auch gleich mit und so, ne? Ja, wäre gut. Ich bin hier gerade... Also ich habe schon ein bisschen Glas noch gemacht. Ist bei mir in der Truhe drin. Mhm. Und ja. So, nehme ich auch ein bisschen Holz noch mit, falls... Oh. Da nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Wir wollen hier nichts zu kommen lassen. Pilze habe ich ja noch genug. Aber ich nehme trotzdem welche mit, wenn ich welche kriegen kann. Ja, ich habe jetzt auch was Blaues aufblinken sehen. Ja, das ist irgendwie... Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Das könnte eventuell ein Monster sein, oder? Ist das so Monsterart hier irgendwas? Da hat aber... Das kann sein. Warte mal. Hier unten ist irgendwie eine Höhle hier im... Also das ist so ein Monster da, da ist, meinst du? Also hier... Also hier brennt gerade die Hütte, sozusagen. Und hier geht es gerade tief runter. Und hier bei dem See, wo ich gerade bin, zum Beispiel. Da geht es tief runter. Ne, da könnte ich natürlich sehen, dass das Monster sind. Jetzt habe ich auch schon wieder was Blaues aufblinken. Und da... Ich weiß nicht, ich küsse da vielleicht... Ja gut, ich warte mal. Ich gehe mal kurz rüber. Ich werde mal eben ein bisschen Sand mitnehmen. Vielleicht kann ich den Weg so ein bisschen zumachen. Ich weiß nicht genau. So, toll. Es regnet schon wieder. Ähm, ja. Mal gucken, ob wir es hören, also bis... Bis jetzt hören wir es noch nicht. Also das ist auf jeden Fall gut. Ich habe mir so lange du... Du das nicht hören kannst, ist alles okay. Ja. Da liegt... Da liegt irgendwas. Da liegt eine Muschel. Ich habe Muscheln gekriegt. Muscheln? Ich habe... Wie heißt es? Es hieß, hello war das. Auch nicht schlecht. Ja, gut. So, ich mache mal den Sand hier ein bisschen leer. Da. Und wie gesagt, die Aufnahme geht wieder in eins über. Das heißt, die letzte Aufnahme, die bei uns ist, mit der gehen wir dann in die nächste rüber. Ja, genau. Dass ihr das schon mal wisst, dass wir alles in allem so machen, quasi. Schon wieder eine Seas Hello. Ne, Seas Held sind das. Seas Held. Also eine Seehülle, Hölle, oder wie? Seas Held. Egal. Also Hellste ist ja Hölle, oder? Auf Englisch halt. Boah. In Englischen? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt wohl gar nicht. Also ich muss immer mein Schulenglisch auspacken hier. Aber, aber es gibt ja auch, aber es gibt tatsächlich Leute in den Kommentaren, die schreiben, was das und das ist. Das finde ich total geil. Dafür ein riesen Dankeschön erstmal. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Da war nämlich einer dabei, der mir gesagt hat, was sind, äh, wie hießen die noch? Warte, ich gucke da gleich mal nach. Ich hab, da müssen wir nach Hause, glaube ich. Das waren irgendwie so, ähm, Alter, wie hieß das jetzt noch, dieses Zeugs? Hat er mir einhängt, in den Kommentaren geschrieben, was das ist. Auf Deutsch. Und das fand ich richtig geil. Ich hab in der Höhle, hab ich eine Kiste gefunden. Ja, das war super. Oh, cool. Da sind Bomben drin, Bienenwachs und so ein Chunked Data Chip. Keine Ahnung, was wir das brauchen, aber ich nehme mal alles. Aber, aber weißt du, was das Schöne ist? Bei Minecraft kann man ja nur 64 mit dem, wir haben das zwar auch schon gesagt, glaube ich, aber, dass wir hier 99 Sachen mit dem können, finde ich gut. Ich hab schon ein Slot voll mit, äh, Sand. Das ist gut. Okay, da oben, was ist das? Ich hab ein neues Monster entdeckt. Sieht aus wie so, wie so ein Vogel. Ein Vogelchen. Hallo, Vogelchen. So, und jetzt werde ich mal mit dem, mit dem. Okay, ich muss wahrscheinlich jetzt mit den, mit den Tasten hier arbeiten. Mein, mein Mausrad funktioniert nämlich nicht mehr so, wie ich das, wie ich das will. Cool, ich hab den Vogel getötet. Okay, alles klar. Okay, der hat mir ein paar gute Sachen getötet, obwohl ich noch nicht weiß, was es ist. Ich hab jetzt mal hier so ein bisschen zugemacht, damit man hier nicht gleich ganz hoch runterfällt. Okay. Ein bisschen Matzi sicher machen hier, bevor ich hier noch runterfalle. Ach, Hallee. Wo ist das Gleichheitszeichen? Da. Okay, nicht vergessen, hier ist Kohle. Hier geht's auf jeden Fall tief runter, muss ich sagen. Ich hab ja auch eine riesen Hölle entdeckt, die ist echt ziemlich groß. Und hier ist noch mehr Kohle. Ha! Und ich hab noch, noch mehr Sand. Aber ich hab, ich hab irgendwie eher Angst zu sterben, als, äh... Falls? Ich weiß auch nicht, was ich jetzt grad sagen will. Ich bin grad hier... Also in der Aufnahme dürfte man eigentlich nix sehen gerade. Ist alles dunkel. Gibt's Glück genug Fackeln mitgenommen? Ja, ich hab nur zwölf Fackeln. So, ich lass mal mal ne Kohle holen. Ich bin hier auf jeden Fall... Okay, alles klar. Aber kann sein, dass ich hier in irgendeinem unterirdischen Gang bin oder so? Wir haben sie einen. Nein, ich mein... Äh, unterirdischer Gang ist ja auch... Äh, gut. Oh, ich hab noch zwei Fackeln. Ich höre schon wieder Monster... Irgendwo. Vielen Dank.